Mein Name ist Sascha Schmidt, ich bin Revierjagdmeister und führe jetzt schon seit einiger Zeit das neue Schmidt & Bender 2,5 bis 10x50 Polar. Für mich als Berufsjäger ist es extrem wichtig, dass ich auch bei schlechten Lichtverhältnissen sauber ansprechen und damit auch sauber schießen kann, denn aufgrund seines sehr hohen Transmissionswertes von 96% kann ich auch bei schlechtestem Licht noch sauber ansprechen und damit auch weitgerecht jagen. Seitdem ich Berufsjäger bin, führe ich in erster Linie Ziefernrohre der Marke Schmidt & Bender. Das fing an mit der Zenit-Reihe, jetzt das verbesserte Polar steht dem Ganzen nichts nach, nein, es setzt ihm noch die Krone auf, die Verarbeitung sucht ihresgleichen, die Bildschärfe ist absolut genial und vor allen Dingen die Gläser sind bediensicher und absolut robust, sodass ich als Berufsjäger im rauen Revieralltag auch mich auf mein Glas verlassen kann. Die Weiterentwicklung, die jetzt in diesem Ziefernrohr steckt, zeigt, dass die Leute von Schmidt & Bender ihren Job verstehen und vor allen Dingen bewährtes sogar noch verbessern können. Bei dem neuen 2,5 bis 10x50 Schmidt & Bender Polar merkt jeder sofort, dass hier jede Menge Erfahrung und Wissen verarbeitet worden sind. Ich kann dieses Glas aufgrund seiner sauberen Verarbeitung, seiner Brillanz in der Schärfe nur jedem Jäger empfehlen.